Ja, hallo, willkommen zurück auf dem einzigen Sender der Welt, wo Sie die naturwissenschaftlichen Wahrheiten erfahren, wie Sie selbst viel gesünder, viel glücklicher in einer viel besseren Gesellschaft und Welt und in einem besseren Wirtschaftssystem leben können. An nextscientistsforfuture.de, die besten, in der Summe das beste Team aus 24 Professoren, Doktoren und so weiter der Erde, das völlig unabhängig ist und nur Ihnen und uns und mir dient, sozusagen und niemandem sonst. Ja, ich selbst bin gerade, ich ernähre mich gerade von Wasser. Das heißt, ich habe jetzt durch Corona ein bisschen Schmerzen bekommen, durch den Sportmangel, Bewegungsmangel. Denn was ist passiert? Die Sportvereine haben zwar jetzt wieder aufgemacht, aber doch nur mit der Auflage, mit der Gefahr, dass man dann, nachdem man beim Sport war, in Gefängnis gesperrt wird. Wenn man hingeht, man hinterlässt seine Telefonnummer, dann kriegt man einen Anruf wahrscheinlich vom Gesundheitsamt, dann muss man sich einem Zwangs-Corona-Test eventuell unterziehen, wenn irgendwo irgendwas aufgetaucht ist, sozusagen nach der Sportveranstaltung. Und dann kann man der Dumme sein, dass man in ein Quarantäne-Gefängnis gesteckt wird und gesagt wird, hier bei so und so viel Strafe dürfen Sie das Haus nicht mehr verlassen. Und das Risiko ist mir zu groß. Man sieht das ja an den ganzen Kirchen, dass da wurden die Leute dann angerufen und Zwangstests unterzogen und dann ins Quarantäne-Gefängnis gesperrt, ohne dass sie auch nur die geringsten Symptome haben und ohne dass irgendwas los ist. Ja, also deswegen, das ist mir zu riskant. Aber na gut, also deswegen hat mich die Schädigung sozusagen durch den Corona-Shutdown erreicht. Habe ich Schmerzen bekommen und jetzt weiß ich natürlich, was ich zu tun habe, wenn ich irgendwas merke. Dann weiß ich, was habe ich zu tun, sofort aufhören zu essen. Sofort all den Müll, den man so kriegt, sozusagen gar nicht mehr essen. Also auch nicht mehr mein Gemüse oder Obst und so weiter, sondern erst mal das Beste ist wohl immer einfach gar nichts essen und nur noch Wasser. Ich trinke jetzt also nur noch Wasser mit ziemlich viel Magnesium, weil das auch eine leicht abführende Wirkung hat. Natürlich Magnesium-Hydrogen-Citrat habe ich natürlich und diese leicht abführende Wirkung mitzunutzen. Und eben jetzt für mich war es eben einfach so, dass ich gesagt habe, aha, jetzt Corona hat so schlecht auf meine Gesundheit gewirkt. Der Shutdown hat so schlecht auf meine Gesundheit gewirkt, dass ich das jetzt mal zum Anlass nehme, wieder alles richtig zu machen. Nämlich ich habe jetzt vor, also nichts zu essen, bevor ich nicht zwölf Kilo leichter geworden bin. Ich gehe also auf mein normales Sportgewicht einfach runter. Andere Leute würden sagen, ja, sie sind ja so schlank, was wollen sie abnehmen? Aber jeder Mensch weiß das nur bei sich, wo sein eigentlich gutes Wohlfühl-Sportgewicht ist sozusagen und wo dann die kleinen, ja, einerseits die Verführung durch unser krankmachendes Ernährungssystem und die Konsumsucht sozusagen sich ausgewirkt hat, die ich ja schon tausendmal hier geschildert habe. Und ja, und von daher sozusagen und dann die Schädigung jetzt durch Corona da zusammengenommen und jetzt, sobald ich eben Schmerzen merke, ist es halt vorbei. Dann muss man jetzt knallhart handeln. Also wenn Schmerzen da sind, dann heißt es den Körper heilen lassen und gleich bei der Gelegenheit, die zwölf Kilo zu verlieren, die sich so eingeschlichen haben. Teilweise unsichtbar für viele Außenstehende, aber für mich sehr wohl sichtbar. Und jetzt ist mein einziges Nahrungsmittel die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Tage Wasser. Leitungswasser und ab und zu größere Dosen Magnesium, aber ja, und dann ansonsten, was habe ich noch zu mir genommen? Mein DHA EPA Öl, das ist so Algenöl zusammen mit höchstwertigem Hatschi, Hatschi. Ja, ich habe mir zu viel kalte Stellen hier am Körper. DHA und EPA Öl, Algenöl gemixt mit höchstwertigstem Olivenöl. Da ein kleiner Schluck, weil das brauchen wir fürs Gehirn angeblich. Das ist also quasi die Form von Omega 3, die direkt aufgenommen werden kann vom Gehirn und vom Körper. Und dann habe ich einen kräftigen Schluck genommen von Leinöl. Das ist das einfache Omega 3. Und dann habe ich genommen ein paar Tropfen von D3K3 Öl. Also D3, Vitamin D3, Hormon D3 mit Vitamin K2 zusammen ein paar Tropfen. Weil ich ja jetzt auch sozusagen, solange die Schmerzen anhalten, eben in der Wohnung bin. Also dann auch gar kein Sonnenlicht jetzt abkriege im Moment. Ich mache sowieso Sonnenlicht nur noch, also sonst, wenn ich fit bin, Sonnenlicht, da mache ich dann so zwei Minuten pro Seite, grille ich mich dann in der Sonne. Am besten natürlich immer in der Sonne, die absolut von oben kommt, also in der Mittagssonne. Weil dann wirklich auch D3 angeblich produziert wird, wobei ab einem gewissen Alter angeblich die Haut gar kein D3 mehr produzieren kann. Muss man mal sehen, wie ob das alles so stimmt. Auf jeden Fall zwei Minuten von der einen Seite, dann von der anderen Seite. Also alle drei Seiten, also auf dem Rücken liegend, links liegend, rechts liegend und einfach mal zwei Minuten pro Seite grillen. Aber sozusagen, ja und jetzt eben, was gab es noch? Ach, es gab noch 500 Milligramm Vitamin B12, habe ich noch zu mir genommen. Und das ist jetzt meine einzige Nahrung und der Rest ist Leitungswasser, mit Magnesium ab und zu, Hidrogenzitrat. Ja und jetzt heißt es, mal wieder alles auf Gesundheit zu stellen. Ja, wir fangen an mit Professor Streeck, der sozusagen äußert sich jetzt ganz vernünftig, sagt, Schulen und Kitas sollten wir jetzt sofort aufmachen. Sozusagen und in den Niederlanden haben sie das ja vor ein paar Wochen gemacht, sagt er und das war ja völlig unproblematisch. Also, ja und was er halt nicht sagen darf, weil er sich ja nicht verbrennen will sozusagen, ist, dass es sein könnte, dass sich herausstellt, dass irgendwann herausstellt, dass der ganze Lockdown eventuell falsch war. Weil vielleicht sich hinterher herausstellt, dass Weißrussland und Tansania es richtig gemacht haben, nämlich sich bemühen, eben das so weit wie möglich zu ignorieren, weil es sich eben doch möglicherweise ja um nichts anderes als um eine kräftige Grippe handelt. Grippe-Variante handelt mit einem anderen Erreger und dass das eben reiner volkswirtschaftlicher Selbstmord ist, da irgendwelches Theater dann deswegen zu machen. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, das sind so Berichte über Kindesmissbrauch wieder aufgekommen, ja, schon vor ein paar Tagen begonnen. Ja, das ist halt der Punkt. Dadurch, dass wir alle sexuell unbefriedigt sind und unterbefriedigt sind, sozusagen, auch wenn wir in der Illusion leben, wir hätten ein gutes Liebesleben, haben wir es tatsächlich nicht. Denn der Kapitalismus, die Marktwirtschaft ist Fuß auf der Formel, unglückliche, einsame, kaufsüchtige Singles sind das Endziel jeglichen Kapitalismus und jeglicher Marktwirtschaft und das unbewusst. Also die Evolutionsprozesse unter Marktbedingungen laufen zwangsläufig in die Richtung, je unglücklicher, je einsamer, je kaufsüchtiger und so weiter und je mehr Singlen und so weiter. Ja, letztendlich alle gewinnbringenden Irrtümer, die Menschen ohne böse Absicht dahin manipulieren, unglücklich, einsam, Single und kaufsüchtig zu werden, ja, desto mehr Umsatz für den Kapitalismus, für die Marktwirtschaft. Der Kapitalismus ist quasi eine Maschinerie, die es gar nicht anders kann, als unser Leben zu zerstören. Und dann müssen wir natürlich noch aggressiv gemacht werden, weil wir müssen ja für den Krieg bereit gemacht werden, damit die Waffenhändler auch ihren Umsatz machen können im Rahmen der Marktwirtschaft. Ja. Und dann, und weil wir alle diesen Mangel haben, weil wir alle quasi einen Mangel an unserem natürlichen Bonobo-Kommunismus haben, in dem wir vor 400.000 bis 300.000 Jahren ganz natürlich gelebt haben und der uns dann von der Erfindung des Tauschhandels und der Marktwirtschaft und des Kapitalismus, vorher noch das Geldes, also die Reihenfolge muss man wohl so sagen, es ist wohl so gewesen, Erfindung, Tausch, dann Tausch, dann Tauschhandel, dann Markt, dann Marktwirtschaft, dann Geld vor 30.000 Jahren ungefähr, dann später Kapitalismus. Aber alles Übel hat schon begonnen mit der Erfindung des Tauschhandels, weil da schon der Markt drinsteckt sozusagen und damit die Tatsache, dass eben gewinnbringende Irrtümer, also Irrtümer sich als gewinnbringend erweisen und eben, ja, letztendlich, ich kann es ja mal ganz kurz wieder andeuten hier, ich mache das ja jetzt schon zum tausendsten Mal, ich verweise also auf alle anderen fünf Homepages und fast 600 Internetsendungen, ja. Also hier, ja, ich mache nur ein Beispiel, wenn der tausendste Früharzt und Frühhändler der Evolution sich irrt und sagt, ja, ach nein, so dieser moderne Zucker, das ist natürlich viel später dann gewesen, aber die Zeiten sind nicht so wichtig, die Zeitverhältnisse. Ja, ja, diesen modernen Zucker, ja, der ist ja genauso hochwertig wie süße, reife Früchte und so weiter, ja. Und in dem Moment kommt es dazu, dass die Leute dann diese Zuckerwaren, die Süßwaren, heute ist ja fast alles eine Zuckerware, was man im Supermarkt kaufen kann, fast überall ist Zucker drin. Und ja, und dadurch essen sich die Menschen alle krank, werden zu Dauerkunden für die Medizinindustrie und so weiter. Und derjenige, der das wirklich glaubt, dass Zucker genauso gesund ist, der wird der erfolgreiche Zuckerwarenverkäufer und verdient ganz viel und ja, und wir alle werden krank und unglücklich und unser Leben wird zerstört und so weiter. Also der Markt ist ein Multiplikator von Irrtümern, weil die sich im Rahmen des Marktes als gewinnbringende Irrtümer erweisen. Also Markt ist eine Irrtumsschleuder und deswegen sind wir alle Gehirn gewaschen, deswegen wollen wir alle unsere Bonobo-Kommunismus nicht mehr leben, weil man uns davor Angst gemacht hat und so weiter. Und deswegen gibt es dann überall immer Kindesmissbrauch, weil eben das so kommt. Dann gehen wir mal auf den Punkt ein hier, die Gemeinwohlökonomie. Also alles, dass ich in die große Gruppe aller Gemeinwohlökonomien gehören ja auch letztendlich die Next Scientists for Future. Mit dem einzigen Unterschied, dass sie wahrscheinlich die Gemeinwohlökonomie nur wissenschaftlich sauber gemacht haben, während die Gemeinwohlökonomie, dass Christian Felber eben so viele Fehler beinhaltet, dass sie natürlich nicht von einem Staat irgendwie umgesetzt werden kann. Was ist das Dilemma generell alles menschenfreundlichen Produzierens? Ja, wir müssen immer, wenn wir die naturwissenschaftliche, neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL berücksichtigen, dann müssen wir uns immer klar sein, wir müssen immer bedenken, was ist mit dem Weltmarkt und wie steht unsere Wirtschaft auf dem Weltmarkt da, wenn wir Änderungen machen. Wenn wir jetzt nun die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme einführen, dann wird Folgendes sich verändern. Die gesamte, die Supermarktleiter werden genauso wie die Hausärzte ja letztlich entscheiden, Ich arbeite jetzt dafür, dass meine Kunden bessere Wohlfühlstimmen abgeben. Dann kriege ich von den Krankenversicherungen und vom Staat die größten Verdienstzuschläge. Und ich tue also alles, was denkbar ist. Als Hausarzt mache ich einen Hausarzt, begründe ich den Hausarztkommunismus, mache also Hausarztgesundheitskommunen auf. Ich kann sie ja Gesundheitsclub nennen oder Healthy Lifestyle Club oder was auch immer. Und ich will das alles gar nicht mehr zum tausendsten Mal beschreiben. Das wissen ja die zu regelmäßigen Zuschauer schon alles in- und auswendig. Schluck Wasser. Das heißt also, ich habe zwei Freunde hier nebenan. Einen Hausarzt, den ich bisher nicht besucht habe, den ich dann aber aufsuchen würde, weil ich ja weiß, dass er endlich mein Freund ist und nicht mehr ein Interesse daran hat, mir irgendwelche pharmazeutischen Produkte oder sonstigen Igelleistungen oder sonstigen Sachen zu verkaufen, sondern der hat plötzlich ja nur noch ein Interesse. Dass es mir besser geht und besser geht und besser geht und ich nie krank werde und niemals krank werde und möglichst 127 Jahre alt werde, ohne jemals auch nur einmal krank geworden zu sein. Das ist das Ziel meines Hausarztes nebenan und meiner Supermarktleiter nebenan, Bio-Supermarkt und sonstige Supermärkte, was man so kennt, Rewe, Aldi, was es halt so gibt. Und Alnatura ist bei uns und so weiter. Ja, und dann habe ich viele Freunde plötzlich durch die Einführung der Wohlfühlstimme. Und die werden jetzt natürlich in ihre Läden nichts mehr reinlassen, was nur, die können ja alle chemische Labore bezahlen und dann wird die Nahrung natürlich daraufhin untersucht, auf mehrere Dinge. Erstens ist auch nur irgendwo, auch nur eine Spur eines Toxins drin. Dann wird nichts mehr bezogen von diesem Lieferanten. Und natürlich wird ihm vorher die Chance gegeben, sozusagen sofort seine gesamten Böden zu entgiften und zusammen mit der pharmazeutischen Industrie, die ja Bodenentgiftungsmedikamente herstellen könnte, sodass am Ende ein naturbelassener, reiner Boden wieder übrig bleibt. Und dann werden dann wahrscheinlich die Zulieferer, die werden wahrscheinlich Richtung Permakultur, wir denken dann ja sowieso alle in Richtung Kredel to Kredel, also null Abfall, null irgendwas, immer vollständige Kreisläufe und in Richtung Permakultur, Beendigung der Monokulturen und so weiter. Ja, und dann wird es ja so kommen, dass dann natürlich tendenziell sozusagen jeder Zulieferer schauen muss, kann ich noch ausreichend viel produzieren, ja, oder gibt die Fläche dann bei Permakultur weniger her? Also wir können sagen, wir werden die gesamte Fläche Deutschlands brauchen, um überhaupt sozusagen alle Leute noch satt zu kriegen, denn bei Permakultur kann es ja sein, dass man viel geringere Erträge hat, aber die sind dann eben maximal hochwertig. Und natürlich werden die Zulieferer darauf achten, dass sie wieder gucken, ob sie rückzüchten mit Ursorten, damit alle künstlichen Veränderungen der letzten Jahrhunderte sozusagen wieder verschwinden, weil das möglicherweise, das wird man dann an den Ergebnissen sehen, die werden dann sehen, ob eben diese rückgezüchteten Sorten dann wirklich hochwertiger sind und für uns besser verstoffwechselbar sind als dieser verzüchtete Gemüse- und Obstkram, den wir heute nur noch haben. Und von daher, das wird sich alles zeigen. Und ja, die, und natürlich können wir niemandem vorschreiben, dass er nicht mehr für den Export produzieren soll, ja, wir leben ja in einer absolut freiheitlichen Gesellschaft und das muss auch so bleiben und soll so bleiben. Aber wahrscheinlich werden die Supermarktleiter sozusagen einfach den Leuten, die im Inland saubere Produkte bezahlen, also herstellen, einfach so gute Preise anbieten können aufgrund der Verdienstzuschläge durch die Krankenversicherung. Ja, man muss sich ja vorstellen, all das Geld, was bis jetzt sozusagen geflossen ist für Operationen und ähnliche Dinge, ja, das Geld fließt jetzt in meinen Supermarktleiter und in meinen Hausarzt und so weiter, also für Gesundheitsförderung sozusagen. Und jetzt könnte jemand schreien, jetzt kriegen wir ja Arbeitslose, in der Arbeitslose Ärzte und so weiter, weil wenn alle gesünder werden, dann muss ja nicht mehr so viel operiert werden. Aber das ist doch toll, dass unsere fähige Denker sozusagen dann in der Medizintechnikforschung oder in anderen Teilen der Wirtschaft mithelfen können und sozusagen Leute, die denken können, werden doch überall in der deutschen Wirtschaft händeringend gesucht, ja. So Leute kann man doch innerhalb weniger Zeiten in neue Arbeitsfelder einarbeiten und so weiter. Und ja, also das heißt, diese Leute brauchen wir doch, um die deutsche Wirtschaft weiter zu stärken. Also das heißt, es wird niemand arbeitslos werden. Ein Arzt wird niemals arbeitslos bleiben. Der wird so viele Angebote von allen Seiten haben, wo er reinkommen kann und so weiter. Da besteht überhaupt keine Sorge. Ja und es ist doch toll, wenn wir keine kranken Leute mehr im Land haben dann, also als Zielsetzung und nur noch sehr wenig Kranke im Land haben. Stellen wir uns vor, wir haben nur noch 10% der Kranken von heute im Land. Was das für ein Aufblühen Deutschlands und Europas geben würde. Ja, also von daher gehe ich davon aus, dass wir eigentlich in Deutschland, dass es keine Landwirte mehr geben wird, die überhaupt noch was ins Ausland verkaufen können, weil eben Permakultur und also die Herstellung höchstwertiger Gemüse und Früchte und so weiter so viel Raum wird ausfüllen, wird können oder wird benötigen wird, dass wir einfach ja gar nichts mehr exportieren können. Ja, Schluck Wasser. Dafür werden wir aber dann andere Produkte verstärkt exportieren können. Aber ich denke, es ist auch im Sinne der Autarkieüberlegungen sinnvoll, dass wir die Landwirtschaft, dass wir unsere landwirtschaftlichen Produkte im Land halten, denn wir haben ja jetzt an Corona gesehen, wie gefährlich es ist, sich bei vielen Dingen einfach so auf den Weltmarkt zu verlassen. Genauso ist es bei der Ernährung. Da ist es ja dann sowieso sinnvoll, wenn wir vielleicht unsere gesamte Fläche für unsere Ernährung benutzen. Ja, und und eben nicht exportieren. Aber wenn exportiert wird, dann entsteht ja ein Problem. Die Landwirte stellen ja jetzt für uns jetzt gesunde Lebensmittel dar. Nur die sind viel zu gesund für den Weltmarkt, denn dort auf dem Weltmarkt konkurrieren diese gesunden Lebensmittel mit Pestizidverseuchten, mit Glyphosatverseuchten, also mit giftverseuchten Müll sozusagen. Nur können das die Kunden ja dort gar nicht erkennen. Also hätten wir Marktnachteile sozusagen. Also müsste es dann, wenn es Landwirtschaftsbetriebe geben sollte, die exportieren wollen, müssen wir denen natürlich gestatten, weiterhin Gift zu benutzen, weil sie sonst ja nicht konkurrenzfähig sind. ja, das müssten wir dann tun, sozusagen. Ja, also das, wir dürfen ja keine Freiheiten einschränken und wir wollen ja keine deutschen oder europäischen Unternehmen auf dem Weltmarkt ruinieren. Ja, dass, sowas passiert automatisch, wenn wir die Gemeinwohlökonomie so einfach wirken lassen, aber den Fehler dürften wir von den nextscientistsforfuture.de natürlich nicht machen, diese Fehler. Ja, und das würde bedeuten, ja, wir müssen immer gucken, dass wer exportieren will, diese Möglichkeit hat. Wir müssen ihn halt mit guten Preisen verführen, verführen und verlocken, nur noch für den deutschen Markt zu produzieren und dann kriegen wir nämlich auch die ganzen Gifte raus aus dem Land, sozusagen. Dann wird die ganze deutsche Fläche giftstofffrei, ja, und das, das müssen wir aber durch Verlockungen machen, nicht durch Zwänge oder irgendwas, ja, denn wir wollen doch eine freiheitliche Welt bleiben, oder? Ja, und ja, und die Frage ist jetzt, lassen unsere Supermarktleiter jetzt, meine Supermarktleiter, die ja jetzt meine Freunde sind, lassen die in ihre Supermärkte überhaupt noch ausländische Produkte rein, wo doch fast alles voll Giften ist, was aus dem Ausland kommt. Na, das wird, wie wird das gehen, ne? Also die werden dort mit den ausländischen Zulieferern sprechen, vielleicht gibt es ja zum Beispiel herrliche tropische Früchte, obwohl ich empfehlen würde, dass die Supermarktleiter mit ihren Konzernzentralen reden und dass wir dann in jeder, in den Städten überall herrliche Gewächshäuser mit den, mit den herrlichsten Tropenfrüchten der Erde und so weiter bekommen, denn wir müssen immer bedenken, wir sind eigentlich ja afrikanische Tiere, ne? Und deswegen müsste es sein, dass unser Stoffwechsel ganz gut zu Südfrüchten eigentlich ganz gut passen dürfte. Also von daher ist die Idee mit Gewächshäusern sozusagen da Gärten Eden zu schaffen, in denen wir essen, ja, das ist sicherlich etwas, wo dann die Supermarktleiter dann verstärkt drüber nachdenken werden. Wir werden sie jedenfalls dazu anregen. Also sowieso ist unsere Anregung, liebe Supermarktleiter, verwandelt unsere Städte, unsere Ländereien, alles in essbare Paradiesgärten, in, in, ja, in, in, ja, Parkanlagen zum Essen, essbare Parks, Esspaare, ja, letztendlich Naturschutzgebiete, denn im Prinzip ist ja dann jedes landwirtschaftliche Region ein, ein Naturschutzgebiet, weil ja eben es nur noch um gesunde Ernährung geht, Permakultur und so weiter. Ja, also von daher haben wir dann also sozusagen und aus dem Ausland, ja, da kann doch, da können doch dann unsere großen Nahrungskonzerne, Alnatura und was, wie sie alle heißen, Penny, Rewe, Aldi oder was, können ja ihre Chemielabore hochrüsten und eben gucken, was denn da so aus dem Ausland kommt sozusagen, auch von dem, vom Stoffgehalt her, von den Toxin gehalten her und so weiter und dann können sie mit den Zuliefern reden und sagen, hier, liebe Leute im Ausland, ja, wir würden euer Produkt noch in den Supermarkt mit aufnehmen, aber dazu müsst ihr eben mit diesen und jenen Bodenentgiftungsmaßnahmen eure Boden renaturieren und von den Luftschadstoffen sehen wir, würde es gehen, also da ist kein Problem, aber, ja, also und so würden dann eben wir, unsere Supermarktleiter, bestimmte Produkte noch in die Märkte reinlassen und der Rest, da bräuchten wir wahrscheinlich noch nicht mal irgendwelche Einführzölle draufzulegen, na gut, man könnte auch eben zusätzlich noch hohe Einführzölle für Ungesundes sozusagen machen, aber es würde wahrscheinlich reichen, dass eben die ganzen vergifteten Pseudonahrungsmittel aus dem Ausland einfach von unseren Supermarktleitern einfach nicht mehr in ihre Märkte gelassen werden und uns deswegen gar nicht mehr angeboten werden können und so weiter und dann braucht es wahrscheinlich noch nicht mal mehr Zölle, um das Ganze zu regulieren, ne? Ja, und von daher, ja, hätten sich alle Probleme gelöst. Das Problem ist, dass bei der, bei der, ja, habe ich jetzt überhaupt noch das Problem, brauchen wir dann überhaupt noch dieses riesen Wirtschaftswunder, das dadurch entsteht, um die Weltmarktnachteile zu konkurrieren? Vielleicht habe ich da sozusagen eine, eine Fantasie Gebilde aufgemacht. haben wir denn dann überhaupt ein Problem mit dem Export, wenn wir, wenn wir im Prinzip alle, alle landwirtschaftliche Fläche für uns selber nutzen in Deutschland und wir nicht exportieren, also genau genommen ist ja gar kein Bedarf dazu, dass wir Teile unseres Wirtschaftswunder, vielleicht für die Leute, die neu sind, also wir wollen ja 500, äh, letztendlich 500 Milliarden pro Jahr Wirtschaftswunder dadurch erzeugen, also wenn, stellen Sie sich vor, in Deutschland wären morgen nur noch 10 Prozent der bisherigen Menschen krank und behandlungsbedürftig, dann kostet uns, dann ist der Gesamtschaden, der für die Volkswirtschaft entsteht, durch Krankheit nur noch ein Zehntel und die restlichen neun Zehntel sind ein Teil des Wirtschaftswunders, das wir dann ja neu verwenden können. Wir haben ja dann riesige Gelder frei und von solchen Faktoren gibt es noch 20 andere, denn bei den 20 anderen Reformen werden wir wieder überall werden wir Gelder frei bekommen, weil volkswirtschaftliche Schäden beendet werden. Und dann mit diesem Geld können wir natürlich unsere Unternehmen auch für den Weltmarkt stabilisieren, aber das wird wahrscheinlich gar nicht nötig sein, weil die so aufblühen werden. Und wir hatten ja gesagt, dass wir Fridays for Future den Deal schon lange angeboten haben, Kohle Stopp 2026 vollfinanziert und den 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan, wenn sie uns in die öffentliche Diskussion bringen, denn es ist nicht möglich, also ich muss das mal, vielleicht als Zuhörer, können Sie sich das nicht vorstellen, aber es ist nicht möglich mit neuen wissenschaftlichen Befunden, die irgendwie natürlich unser System in Frage stellen, dafür gibt es keine Öffentlichkeit. Es gibt so etwas wie einen Prominenzraum, in den kommen Sie nicht rein, wenn Sie nicht zu diesem Prominenzraum gehören. Und durch irgendeinen Weg gehört Greta Thunberg und Fridays for Future zu diesem Prominenzraum dazu, aber die nextscientistsforfuture.de nicht. Und dieser Prominenzraum mit seinen geistig nur relativ also nur bis zum gewissen Grad gehenden Möglichkeiten bestimmt alles, was überhaupt in der Gesellschaft diskutiert werden kann. Und in diesen Prominenzraum kommen wir ohne die Fridays for Future nicht rein. Ganz einfach, so ist das. Denn Bild-Zeitung, kleiner Artikel, großes Wirtschaftsmagazin Österreich, schönes Interview mit zwei ProfessorInnen und so weiter. Das reicht alles nicht. Sie müssen in den Prominenzraum kommen sie erst rein, wenn sie so im Bereich Tagesschau bei Brit Illner, Anne Will und so weiter sind. Und wenn sie da nicht reinkommen, sind sie nicht existent in der Welt. Ja, und da können sie machen, was sie wollen. Und in der Wissenschaftswelt ist es auch genauso. Dort alles, was sozusagen die Irrtümer der bisherigen Welt, Wissenschaftswelt in Frage stellt, das versucht man nach Möglichkeit überhaupt nicht reinzulassen, aber das ist nichts Neues. Denken wir nur an Galilee, der zum Widerruf gezwungen wurde, und denken wir an all die Widerstände, die es immer gegen Neues gegeben hat. Also die Wissenschaft ist eben auch immer der größte Gegner neuer Wahrheiten sozusagen. Und das ist ganz normal. Also von daher brauchen wir die Zusammenarbeit. Deswegen bieten wir ja den Kohlestop 2026 an, weil wir so viel Geld haben werden in Deutschland, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Wir werden schon immer Wege finden, wohin damit, aber dass wir eben sogar wirklich Deutschland zum ersten CO2-neutralen Land der Erde machen können und uns das finanziell überhaupt nichts zwickt, sondern wir das aus der Portokasse bezahlen können. Schluck Wasser. Ja. Ja, das heißt, die Frage ist halt, die Gemeinwohlökonomie könnte das nie erwirken, dieses Wirtschaftswunder und dann ist halt die Frage, ob dann die Firmen auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig wären. Also bei der Gemeinwohlökonomie, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, da gibt es eine Gemeinwohlbilanz, also bei uns gibt es ja die Wohlfühlstimme mit den Noten, den Wohlfühlnoten und den Gesundheitsaufwand Punktwerten oder Datenwerten und bei der Gemeinwohlökonomie gibt es Punktwerte bezüglich der Gemeinwohlbilanz sozusagen und da ist das Dilemma dabei, dass diese Punktwerte auf subjektiven Einschätzungen von, ich würde sie mal nennen, zukünftigen Wirtschaftsprüfern für Gemeinwohlbilanzen sozusagen beruhen und dass aber die Wirkung eines Unternehmens auf die Gesundheit der Bevölkerung, also auf das Gemeinwohl nicht wirklich gemessen wird, sondern nur vermutet wird, abgeschätzt wird. Ja, zum Beispiel wird dann vermutet, dass wenn ein Bäcker nur Bio-Getreide verwendet, dass dann die Menschen dadurch gesünder würden. Das ist aber eine gewagte Vermutung. Es könnte nämlich sein, dass auch Bio-Getreide auch krank macht, wenn auch nicht so krank macht wie konventionelles Getreide, aber dass das auch krank macht, weil Getreide generell ein gesundheitsschädliches Nebensmittel sein könnte. Und das kann die Gemeinwohlbilanz nicht erfassen, weil sie keine Wohlfühlstimmen erhebt und die Gesundheitsaufwandsdaten nicht erhebt. und damit fehlt ihr die Möglichkeit, wissenschaftlich nachzuprüfen, ob das, was vermeintlich Gemeinwohlprodukte sind, ob die auch tatsächlich dem Gemeinwohl guttun. Das ist dadurch nicht möglich zu messen und damit fehlt eigentlich der felbischen Gemeinwohlökonomie der entscheidende Ansatz, nämlich unsere Wohlfühlstimme und unsere sonstigen Messgrößen, die sozusagen das planwirtschaftliche Dach über dem Markt bilden, sozusagen, das fehlt der Gemeinwohlökonomie, werden die Firmen, es ist jetzt halt so, dass dann ja genau genommen in Deutschland teurer produziert wird, weil ja die Gemeinwohlbilanz führt ja dazu, dass bestimmte Dinge gemacht werden, ich mache mal ein Beispiel, Frauen und Männer müssen von den Unternehmen gleich bezahlt werden, was bedeutet, dass das Risiko, das Schwangerschaftsrisiko nicht vom Staat übernommen wird, wie wir das machen würden, sozusagen, dass also Frauen grundsätzlich niedriger besteuert werden müssen als Männer, das ist ja so unser Konzept sozusagen, bei der Gemeinwohlökonomie wird, werden die Kosten, sozusagen das Risiko des Schwangerwerdens, wird quasi den Unternehmen aufgebürdet, dadurch werden sie auf dem Weltmarkt ihre Produkte teurer anbieten müssen, sozusagen und ob der Weltmarkt das dann honoriert, dass die in Deutschland als Gemeinwohlbilanziert so und so viele Punkte haben, also das wird die Frage sein, es könnte sein, dass dann eben die GWÖ im Gegensatz zu uns, ich habe ja eben die ganze Zeit gesucht, wo ich für unsere Unternehmen einen Weltmarkt Nachteil finden könnte durch die Einführung der Wohlfühlstimme und der Berücksichtigung der Gesundheitsaufwandsdaten und so weiter, ich konnte ja keinen finden, ich konnte ja eigentlich nur dieses riesige Wirtschaftswunder finden als Folge der Einführung der Wohlfühlstimme, und bei der Gemeinwohlökonomie sehe ich aber doch das Risiko, dass die Produkte teurer sind und wenn dann die Weltkunden sozusagen diese Gemeinwohlbilanz Deutschlands nicht respektieren würden, dann würden diese Produkte einfach auf dem Weltmarkt schlecht weniger gekauft werden und nicht mehr konkurrenzfähig sein und dann würde so die deutsche Wirtschaft geschädigt werden, besonders da ja eben dieser Wirtschaftswunderanteil ja eben völlig fehlt bei der Gemeinwohlökonomie, weil eben sozusagen zwar vermutet wird, dass biologisch angebaute Sachen irgendwie gesünder seien für die Bevölkerung, weil es aber nicht nachgemessen wird. Ich mache mal so ein Paradoxien deutlich. was wäre denn, wenn Getreide, das in Monokulturen ökologisch angebaut wird, als Ausgleich für die fehlenden Toxine durch Spritzmittel sozusagen die Getreidepflanzen einen Evolutionsprozess durchmachen, indem sie interne Abwehrtoxine entwickeln, mit denen sie sich gegen die sogenannten Schädlinge schützen sozusagen und wenn dann diese internen Toxine uns auch schaden, dann wären die vermeintlich ökologischen Gemeinwohlbilanz positiv zertifizierten Produkte für uns eventuell genauso toxisch wie die anderen, abgesehen von der Tatsache, dass auch generell Getreide für uns schon mal giftig sein könnte, grundsätzlich. Also ich will damit sagen, dass also sozusagen da so viel subjektive Einschätzungen drin sind, dass es mir eben lieber ist, dass die meine Wohlfühlstimme da entscheidet, was mir dann angeboten wird, weil sozusagen solche Abschätzungen können große Irrtümer beinhalten. Nicht alles, was sozusagen ökologisch angebaut ist, muss irgendwie auch gesund sein. Es kann nämlich sein, dass der Hauptfaktor jetzt da ist, dass Monokulturen generell, egal ob ökologisch oder nicht ökologisch, generell zur Giftigkeit der Nahrungsmittel führen. Ganz grundsätzlich. Und dann, also von daher ist es mir als Wissenschaftler so, bevor wir jetzt wieder alle Irrtümer durchmachen und die Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohl Bilanzen nach und nach dann vielleicht erst erkennen, dass ja ökologische Nahrung auch giftig ist, weil der Hauptfaktor die Monokultur ist, die alles giftig macht. Denn bevor dann also ein Irrtum nach dem anderen abgeklappert werden muss und nach und nach aufgegeben worden ist, ist es mir doch lieber, wenn wir ein System haben, in dem gar keine Irrtümer mehr eine Chance zu haben, weil nämlich die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsaufwandsdaten sind gnadenlos gegenüber jedem Irrtum. Jeder Irrtum wird blank gelegt werden, weil jeder noch so versteckte Irrtum wird sich verraten daran, dass er die Wohlfühlstimmen von Kunden verschlechtern wird und die Gesundheitsaufwandsdaten verschlechtern wird. Die Leute werden häufiger krank werden und werden durchschnittlich häufiger operiert werden zum Beispiel und so weiter. Ja, das heißt also, bei der Gemeinwohlökonomie fehlt mindestens die Fusion mit den Next Scientists for Future ohne eine solche Fusion ist sie wohl wertlos und wahrscheinlich für die Weltmarktposition der deutschen Firmen ruinös also total schädlich. Anderer Faktor zum Beispiel wenn dann in der Gemeinwohlökonomie dann auch noch zum Beispiel die Gehälter begrenzt werden auf zum Beispiel 20-faches des Mindesteinkommens ja dann wandern uns alle fähigen Manager und alle fähigen Produkteentwickler und Innovatoren ins Ausland ab wahrscheinlich die fähigsten Firmen auch noch gleich mit wir verlieren Arbeitsplätze und die Firmen die in Deutschland bleiben haben keine hoch qualifizierten Mitarbeiter mehr und wir verlieren auf dem Weltmarkt und sind auf dem Weltmarkt ruiniert also ich komme immer wieder zum gleichen Ergebnis Gemeinwohlökonomie von Felber führt zum Totalruin der europäischen Wirtschaft also ist unser Ansatz sozusagen mit der Wohlfühlstimme und so weiter ist der der bringt der macht Europa zur erfolgreichsten Kontinent der Erde und die Gemeinwohlökonomie ruiniert Europa volkswirtschaftlich ja aber so ist das die Leute klingt so schön einfach so die Gemeinwohlökonomie und so weiter aber das man muss es halt können ja dann so viel dazu dann übrigens man sieht ja jetzt an der Corona App wie dass die Leute eben keine grundsätzliche Hysterie gegenüber Daten haben ja wenn also die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsaufwandsdaten wenn das alles wenn der Bundeswahlleiter und das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden sozusagen zu einem Fort Knox ausgebaut wird des Datenschutzes und der Datensicherheit und so weiter und dann wenn dann auch noch jeder Bürger natürlich immer selbst entscheidet welche Daten dem Bundeswahlleiter zur Verfügung gestellt werden für die statistischen Auswertungen um rauszufinden ja ich meine jeder Bürger ich habe noch ein riesen Interesse daran dass der Bundeswahlleiter harte Daten und alle Daten dafür kriegt um zu beurteilen zu können welcher meiner Supermärkte mir Gesundheitsschädliches liefert und welche meiner Supermärkte rundherum generell bei seinen Kunden positive Gesundheitsauswirkungen hat genauso will ich das doch bei den Hausärzten der Nachbarschaft wissen um mir den besten Hausarzt suchen zu können ja also ich habe ja ein ureigenes Interesse dass der Bundeswahlleiter meine Wohlfühlstimme bei jeder Änderung sofort übermittelt bekommt damit er das sofort mit einrechnen kann in den Computerberechnungen hineinfließt und dass das alles nur auf Zahlenbasis geschieht dass mein Name der Bundeswahlleiter nie erfährt und so weiter und niemand dort erfährt sondern nur Kriminalbeamte wenn irgendwas ist dann in das Fort Knox reintreten können wo dann auf Papier also nicht Hackbar sozusagen auf Papier in mehreren Fort Knox Anlagen sozusagen in Deutschland verteilt dann die die Kriminalpolizei das Bundeskriminalamt einen Verbindung zwischen meiner Zahl meiner Ziffer und meinem Namen und meiner Adresse herstellen kann aber sonst niemand wenn irgendein wirklich gerichtlich beschlossener Anlass dafür besteht oder auch wenn meine Karte verloren gegangen ist und ich deswegen eine neue Kartennummer brauche und dann in dem Moment muss ja mein Name mit einer neuen Zahl gekoppelt werden wenn die alte Karte die verlorene oder gestohlene Karte sozusagen ungültig gemacht werden muss ja und mein Argument wäre ja die Daten für den Bundeswahlleiter die Wohlfühlstimme das ist für mich selber tausendmal hunderttausendmal lebensrettender dass diese Daten verwendet werden als dass eine Corona App verwendet wird ja und da haben die Leute ja auch keine Bedenken also sehe ich da auch überhaupt keine Bedenken die Masse der Bürger ist vernünftig und sagt wenn da ein so riesiger Nutzen ist und ein so statistisch so verschwindend geringes Risiko ist dass irgendwie jemand auch nur erfährt wie ich heiße ausgehen von meiner Zahl oder so auf meiner Kartenzahl dann dann habe ich da überhaupt keine Bedenken ja so ja jetzt haben wir noch ein Thema Schluck Wasser ich habe gerade einen Moment gedacht ich hätte nicht auf Aufnahme gedrückt so jetzt Schluck Wasser wir haben noch ein Thema das Aussterben der Weltenbürger ja wir hatten gerade lief wieder eine Sendung ich glaube es war von Monitor wir müssen doch mal endlich moralisch den Hunger in der dritten Welt bekämpfen und die ganzen Krankheiten jetzt wir kümmern uns nur um Corona ja weil es uns selber betrifft oder zumindest vermeintlich betrifft und ja aber um die Krankheiten der Armen in der dritten Welt die viel gefährlicher sind da kümmern wir uns nicht drum woran liegt das woran liegt das dass Millionen mal moralische Appelle gemacht werden aber sich die Staaten und die Bürger der Staaten der erfolgreichen Welt der ersten Welt sozusagen in Wirklichkeit überhaupt nicht kümmern um das was da in der dritten Welt geschieht weil Menschen vielleicht genetisch keine Weltenbürger sind na schauen wir es uns mal an jetzt stellen wir uns hier vor hier haben wir einen Menschen der kümmert sich um die Welt das heißt alles was er verdient selber oder alles was er so hat an Nahrung und so weiter das schickt er nach Afrika oder in die dritte Welt überall wie die Leute leiden wo die Leute leiden und dann gibt das all sein Geld dafür hin dass die Leute in Afrika Medikamente bekommen jetzt das unterstellt dass die Medikamente überhaupt irgendwas heilen würden aber irgendwie auf jeden Fall hilft das so dass die Leute dort weniger krank werden in Afrika ja dadurch nimmt dort die Bevölkerung zu weil dann quasi alle Kinder anstatt zu verhungern oder an Krankheiten zu sterben werden alle Kinder groß und die bekommen dann auch wieder Kinder das heißt wir kriegen in der dritten Welt eine riesige Bevölkerungsexplosion und diese Leute die dort alle nicht eigentlich nicht ernährt werden können die werden durch unseren Weltretter ernährt und so weiter und die suchen dann alle vielleicht auch einen Weg dann in die erste Welt zu kommen weil es eben auf Dauer dann doch nicht langt so das heißt also unser Weltretter erzeugt ein unendliches Problem also er müsste eigentlich jetzt unendlich viel Geld haben um die ganze dritte Welt und all die geretteten Kinder und die vor den Krankheiten und vor dem Hungertod und von dem Krankheitstod geretteten Kinder der dritten Welt alle ernähren zu können dafür müsste er unendliche Finanzreserven haben aber in Wirklichkeit ist dieser Mensch dann ziemlich pleite und wahrscheinlich findet dieser Weltrettungsmensch dann keine Frau der hinterlässt also nicht fünf Kinder sondern null Kinder und damit stirbt seine Genetik die es möglich gemacht hat dass er so weltmännisch denkt oder als Weltenbürger sich empfindet sozusagen dadurch stirbt er aus und damit stirbt die genetische Grundlage mit ihm aus dafür als Weltenbürger zu empfinden zu können empfinden zu können während mit ihm konkurrierend der Nicht-Weltenbürger der sich nur um seine seine Kommune seine Nachbarkommunen und die darin also die ihm nahen Menschen in seinem engsten Umkreis kümmert also auch wenn wir jetzt wieder im Urkommunismus leben würden sich also nur im Bonobo Kommunismus leben würden nur um sein Umfeld kümmert also nur nehmen wir mal an hier ist seine Kommune dann kümmert er sich nur um die Nachbarkommunen da wohnen ja schließlich seine Enkelkinder und so weiter und kooperative Beziehungen hat er nur zu einem Umkreis ein Kommun rund um seine eigene Kommune sozusagen und der wird immer wenn er da also großzügig ist und mit den Nachbarkommunen hoch kooperiert und da auch vielleicht Geschenke macht weil die Enkelkinder in der Nachbarkommune leben und so weiter dann werden immer auch seine eigenen Gene unterstützt werden in den Enkelkindern zum Beispiel ja und dadurch werden die Gene die diesen Umkreis Bürger also sozusagen also ich vergleiche ja hier den Weltenbürger mit dem Umkreisbürger sozusagen der nur sein oder nennen wir ihn den Nachfeldbürger ja dieser Nachfeldbürger die Gene die sein Nachfeldbürger sein sozusagen begünstigt haben werden mit ihm vermehrt weil seine Enkelkinder unterstützt er seine Kinder unterstützt er seine Verwandten unterstützt er seine sein Nachfeld eben und dadurch werden diese Gene sozusagen unterstütze die Gene mit dem Programm unterstütze dein Nachfeld und nicht die Welt die werden sich ausbreiten und werden sich vermehren also wird er hier zwei Kinder drei Enkel zwei Urenkel und so weiter also wird sich die Nachfeldhaltung ausbreiten in der Welt und der Welten die Weltenbürger Mentalität wird immer wieder aussterben wir können also machen was wir wollen die Evolution und die DNS zusammen erzwingen dass Weltenbürger Mentalitäten immer aussterben was nicht aussterben wird ist immer der moralische Appell an die anderen werde du Weltenbürger und ich werde nicht Weltenbürger also hier der Nahbürger der Nahfeldbürger wenn der jetzt also rumläuft und und appelliert liebe andere werdet ihr zum Weltenbürger und spendet ihr dann kann er sozusagen hat er weniger Konkurrenz zu seinem Nahfeld seine eigenen genetisch Verwandten sozusagen haben mehr Platz und mehr Möglichkeiten sich zu entfalten während die anderen die dem Appell Weltenbürger zu werden folgen und sich selbst aufopfern sozusagen selbstlos dann halt aussterben und verschwinden und dadurch ist mehr Platz für ihn also insofern ist es ein Erfolgskonzept andere zum Weltenbürger aufzufordern aber selber immer als Nahfeldbürger zu handeln und sich nur um seine Nächsten zu kümmern sozusagen und das das bedeutet also die DNS lässt und und die Evolution beide lassen den Weltenbürger niemals zu und es hat ihn auch früher in der Evolution eben nicht gegeben das ist also eine Fiktion ja und damit ist also wieder klar also mehr als den Bonobo Kommunismus können wir nicht erreichen wir wollen aber natürlich trotzdem die ganze Welt retten ja wie wie macht man das dann aber ohne dass man sich als Weltenbürger selbst mordmäßig aufopfert so wie es die Fridays for Future in ihrem jugendlichen Neitzin sozusagen machen würden und so weiter ja wie kann man trotzdem die ganze Welt retten naja indem Deutschland damit anfängt mit der Wohlfühlstimme und eben dieses Wirtschaftswunder erzeugt und ja und wir natürlich müssen wir noch die Überbevölkerungskontrolle besprechen ja also was müssen wir denn noch machen also erst einmal ist es so wenn wir wenn alle Länder der Erde von den also es sind ja nur 200 Länder auf der Erde und wenn die alle und manchmal dann auch Länderverbünde ja von den Next Sein stellen wir uns vor dass die gleich die die Ministerien von zehn benachbarten Staaten sozusagen zusammenkommen und dann beraten werden in Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen von den Next Scientists for Future und die stellen ihr gesamte alle 200 Staaten der Erde stellen ihr gesamtes Gesellschaftssystem beenden den Kapitalismus die Marktwirtschaft und führen die neue postkapitalistische Gesellschaft ein sozusagen ja dann dann haben die doch alle kriegen die doch alle ein Wirtschaftswunder und erst mal ist es ja so dass wenn Menschen dann gut verdienen dass sie durchschnittlich weniger Kinder haben aber das ist eigentlich kein positives Zeichen denn meistens werden dann weniger Kinder von den erfolgreichen geboren und das führt dann wieder zum Ruin des jeweiligen Landes also ob wir uns darauf verlassen sollten ist unklar da würde ich mich nicht gern darauf verlassen wollen sondern wir müssen schon auch um das und dann haben wir als Faktor dadurch dass die Leute ja alle wieder ein erfülltes Liebesleben leben dürfen weil ja dann der Kapitalismus weg ist und die Leute dann alle vielleicht viele sich dann freiwillig entscheiden es mit dem Bonobo Kommunismus zu probieren ja und eben so leben wie die Bonobos dann total sexuell befriedigt sind und eben keine Konsumsucht mehr brauchen wird es ja sowieso zu riesigen Degrowth-Prozessen kommen also Postwachstum ja also die postkapitalistische Gesellschaft ist dann mit der Wohlfühlstimme automatisch auch eine Postwachstumsgesellschaft und dadurch werden die Leute ja letztendlich nur noch einen Bruchteil dessen konsumieren was sie bis jetzt an Ersatzbefriedigungen konsumiert haben werden auch keine Reisen mehr brauchen denn wenn ich verreise habe ich ja nicht meine liebevolle Kommune und da bin ich ja dann unglücklich weil mir meine Kommune fehlt also werde ich gar nicht mehr verreisen ich reise sowieso schon gar nicht mehr und ja und dann sozusagen werden in all diese Länder den Deal mit den next scientists for future die eingehen dass sie sich verpflichten den gleichen Prozentsatz wie Deutschland für den Klimaschutz zu verwenden und dann haben wir überall CO2 neutrale Staaten Anderer Weg wäre dann dass wir diesen weltweiten Emissionshandel einführen der Professor Hans-Werner Sinn hatte ja den Club der Willigen angeregt das kann man überlegen wie weit man das kombiniert und so weiter auf jeden Fall kriegen wir so auch die ganze Erde CO2 neutral egal wie wir es machen also auf jeden Fall wenn wir die wenn die next scientists for future de im Spiele sind in der öffentlichen Diskussion sind dann kriegen wir auf jeden Fall auch den Planeten wieder repariert umweltmäßig und alles CO2 mäßig und toxin mäßig und so weiter also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen also wir kriegen die ganze Welt repariert aber nicht indem die Deutschen jetzt hingehen ich gehe nochmal zurück auf das Bild nicht indem die Deutschen jetzt hingehen und zum Weltenbürger werden sich selbst ruinieren und selber aussterben so nicht sondern die Deutschen können ruhig Nahfeldbürger bleiben und können sich um ihre umliegenden Leute kümmern und trotzdem können wir die ganze Welt reparieren Ja und dann was ist wenn obwohl dann die Mütter ihre Kinder wieder viele Jahre lang stillen und obwohl dann sozusagen alle also Babys sozusagen die Mütter einen natürlichen ja das ist hier doch mal die Bilder ach so was ist das hier komisch ja also liebe liebe Greta Thunberg also das ist die Einladung Kohle stopp 2026 in Deutschland 900 Milliarden Euro sieben Jahre geplant fürs Klima benutzt eure dass ihr das Glück habt zu dem Prominenzzirkel der Öffentlichkeit der Weltöffentlichkeit zu gehören holt da die nextscientistsforfuture.de in eine Weltpressekonferenz hinein und dann retten wir die gesamte Welt was machen wir mit dem Überbevölkerungsproblem also ich habe ja schon oft geschildert jetzt gehe ich es nochmal hier durch was haben wir hier schönes noch ja wieder also liebe Milliardärskönige also das wäre für euch auch dann das Paradies auf der Erden also wir würden euch dann erklären warum ihr nichts verliert dadurch sondern am Ende nur gewinnt dadurch ihr werdet viel gesünder viel glücklicher viel länger leben können und so weiter und und wir nehmen euch auch nichts weg sondern wenn dann verschenkt ihr alles an eure geliebten Kommunen und dann geht die Schere zwischen arm und reich die geht wieder zusammen und schließt sich wieder und dann sind wir wieder haben wir wieder eine ideale Gesellschaft und ja und ihr werdet rundum glücklich sein damit also bei den next scientists for future die nimmt euch niemand was weg sondern man beschenkt euch nur die next scientists for future die beschenken euch mit ganz viel und nehmen euch nichts weg ist doch ein gutes Angebot so aber was machen wir mit der überbevölkerung als eventuelles problem denn was passiert wenn die ganze welt jetzt nur noch gesunde nahrungsmittel will und permakultur und so weiter reicht das für acht milliarden menschen oder reicht das nicht dann werden wir uns natürlich stück für stück nähern müssen dann müssen wir halt dann muss ein teil der muss ein teil der welt sich noch mit ungesunden nahrungsmitteln ernähren oder so ja das wird wahrscheinlich nicht anders gehen ja dann also was machen wir was machen wir müssen ich habe das schon tausend mal gesagt wir müssen uns darum kümmern im Bonobo Kommunismus also in der höchsten Form des Kommunismus die überhaupt von Lebewesen lebbar ist Schluck Wasser verschluckt ne also also im Bonobo Kommunismus ist es so dass im Wesentlichen die den Zugang zu den Eizellen diese Männer haben nicht zur Sexualität sondern alle haben Zugang zur Sexualität aber Zugang zu den Eizellen haben praktisch im Bonobo Kommunismus nur die leistungsfähigen Männer die die größten Geschenke machen an die Frauen und Kinder bei uns ist es heute so dass bei uns die leistungsfähigen erschreckend wenige Kinder in die Welt setzen weswegen wir ja auch durchaus sinnvollerweise die die fähigsten Fachleute aus dem Ausland im Lande durchaus gebrauchen können aber nur eigentlich nur als Notlösung bis wir selber wieder fähige Fachleute produzieren also sozusagen in die Welt setzen also wir müssen dafür sorgen dass unsere fähigen Leute wieder viele Kinder bekommen sozusagen und wir haben in den degenerierenden europäischen Kulturen auch sehr viel sozusagen Kinder in diesem Bereich weil wir das quasi regelrecht finanziell belohnen und füttern und so weiter mit Kindergeld oder anderen Maßnahmen es muss wieder neue Moral werden dass nur wer Kindern eine gute Zukunft bieten kann nur der sollte Kinder in die Welt setzen alles andere ist unanständig ist unmoralisch es sollte vielleicht die einzige Moral sein die es noch auf der Welt geben sollte aber die sollte sein denn wenn hier viele Kinder bekommen werden dann haben wir sozusagen am Ende lauter beruflich nicht ausreichend qualifizierte und wir steigen auf dem Weltmarkt ab Europa wird der dümmste Kontinent der Erde und damit der wirtschaftlich erfolgloseste Kontinent der Erde und das müssen wir verhindern also müssen wir alles dafür tun und natürlich haben die 20 Reformen beinhalten natürlich auch die Reform hier dass natürlich hier wieder ganz wieder einige Kinder geboren werden und hier besten idealerweise null Kinder geboren werden sodass wir dann wieder leistungsfähiger werden und wieder wirtschaftlich konkurrenzfähiger werden sozusagen und jetzt aber generell die Überbevölkerung stoppen dann muss es zusätzlich geben also es wird ja eine Zeit lang dauern bis die Mütter die Kinder wieder so lange stillen dass also nur noch sehr wenig Kinder geboren werden und wir wollen doch den Frauen nicht zumuten dass sie weiterhin die Chemie irgendwelcher pharmazeutischen Produkte schlucken sollen um Empfängnisbehütung zu betreiben sondern wir sollten doch da natürliche Wege gehen und es gibt eigentlich ist der natürlichste Weg ist der die Mütter stillen die Kinder über viele viele Jahre lang und dadurch werden schon mal die wird kommt es zur natürlichen Empfängnisverhütung sozusagen wenn die Kinder wieder ständig am Körper der Mütter sind dann kommt es zur natürlichen hormonellen Empfängnisverhütung die unschädlich ist dadurch werden wir die Überbevölkerung reduzieren sozusagen und dann wenn das alles noch nicht hilft müssen wir in den sauren Apfel beißen und noch zwei Notmaßnahmen machen nämlich sozusagen dass sozusagen ja das war klar dass also in diesem Bereich hier natürlich kein Cent mehr für Kinder als Belohnung für Kinderkriegen gegeben werden darf das ist klar ja aber entscheidend ist wegen der Überbevölkerung dass ganz generell Frauen bis zu sagen wir zwölf oder 15 Stunden nach der Geburt völlig allein entscheiden können ob sie ein Kind annehmen wollen oder ob sie ob es sozusagen im Krankenhaus mit vielleicht mit einem was weiß ich Morphiumöl eingerieben wird und dann ganz glücklich und glückselig entschläft also das heißt wir verbieten Abtreibung weil Abtreibung auch gesundheitsschädlich für die Frauen ist aber sie können nach der Geburt das Kind einfach sanft und total glücklich und happy einschlafen lassen dadurch haben wir keine durch Verhütungsmittel mehr vergifteten Menschen mehr und wir haben keine durch Abtreibung geschädigten Menschen mehr und wir haben wieder den Naturzustand hergestellt nämlich dass in der Natur Mütter zu allen Zeiten der Evolution soweit uns bekannt ist immer das Freiheitsrecht zu entscheiden zu entscheiden ob sie ein Kind annehmen wollen oder nicht annehmen wollen ob sie es annehmen können weil die Nahrung nicht dafür reicht oder so oder ob sie es eben nicht annehmen können weil die Nahrung eben nicht dafür reicht und so weiter und diese Freiheitsentscheidung also dieser Satz mein Bauch gehört mir den müssen wir abwandeln in mein Neugeborenes gehört mir und darüber müssen wir den Frauen die alleinige und die volle Entscheidung geben und dann würden sich Frauen die sowieso kurz vorm Verhungern stehen immer entscheiden dass das Kind sanft und glücklich einschlafen darf und ich glaube damit würden wir dann die Überbevölkerung endgültig in den Griff kriegen aber ich bin mir klar das ist natürlich eine harte Geschichte aber das ist die Natur ist kein Zuckerschlecken und kein Ponyhof und wir werden es nie schaffen die Natur zu überwinden denn wir sind Natur wir sind Tiere wir sind die zweiten Bonovos wir sind die dritten Schimpansen wir sind ganz normale Tiere und wir sollten nicht immer darüber spekulieren dass wir uns dem tierischen entheben dürfen im Tierreich wie gesagt erleben wir es niemals dass hier Kinder durchkommen aus diesem Bereich die Kinder werden von diesen hier in die Welt gesetzt und dann herrscht eine ganz stringente Selektion die dazu führt dass nur die Nachkommen dieser hier überhaupt eine Überlebenschance haben und davon auch nur ein geringer Teil und so weiter ja das ist nun mal wir gehören zur Evolution wir sind Tiere sind gefangen in der Evolution wir sind gefangen in diesem Universum und alles was sich da manches philosophisch erträumen lässt ist nicht möglich und deswegen müssen wir sagen nicht liebe Frauen nicht ihr Bauch gehört euch sondern euer liebe Frauen dieser Erde euer Neugeborenes gehört euch ja und ihr entscheidet so ja so viel zu dieser Runde jetzt hier das war mal wieder die wissenschaftliche Tagesschau am Dienstag am 18 Uhr haben wir die nächste wissenschaftliche Talkshow Demokratie pur freie Argumente Plattform herzlich eingeladen mitzutalken melden sie sich einfach hier beim Sender sie müssen einfach nur auf den Sendernamen klicken und dann müssen sie klicken auf Kanalinfos und dann kriegen sie haben sie sofort E-Mail Adressen an die sie schicken können und dann können sie schon sagen ja ich wäre gern am Dienstag um 18 Uhr als Talkgast dabei dann kriegen sie einen Anruf und dann talken wir ein bisschen vor und dann dann können sie am Dienstag mit talken und ihre Meinungen und ihre Weltverbesserungskonzeption oder auch nur ihre Bürgermeinung reinbringen sozusagen ja das war es jetzt nochmal unser Tagesbild hier und ja dann mache ich mal weiter mit meinem Wasserfasten und die nächsten 6, 7, 8 Tage gibt es nur Wasser und eben wie ich geschildert habe die verschiedenen vielleicht unnötigen aber vielleicht auch nötigen Dinge wie DH3A EPA Öl und so weiter habe ich ja alles am Anfang geschildert ja das war es für jetzt also tschüssi bis bald wieder das war es geht